Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem kleinen Halloween Special. Wie ihr hier auch an dem Zombie Pigman seht, gibt es Halloween Gimmicks in Minecraft. Zum Beispiel hier eben der Kürbiskopf. Außerdem, was noch viel interessanter ist, was ich auch ziemlich cool finde, ist, dass tatsächlich Herobrine ins Spiel eingefügt wurde vermutlich. Ich habe das vorhin im Forum gelesen, dass Herobrine tatsächlich in Minecraft integriert wurde. Im Change-Log steht zwar drin, er wurde entfernt. Als Gag soll aber anscheinend Minecraft Herobrine tatsächlich ins Spiel integriert haben. Und er soll hier in solchen Nether-Festungen tatsächlich auf die Spieler warten, die erschrecken und auch töten. Ich bin jetzt mal gespannt, was an den Gerüchten dran ist. Und wir suchen jetzt einfach mal hier unten und gucken, ob wir hier vielleicht tatsächlich irgendwo Herobrine entdecken. Aber ja, dazu müssen wir jetzt hier erstmal ein bisschen rumgucken. Und ich würde sagen, wir laufen jetzt hier irgendwo mal so einen Gang entlang. Ich glaube, wir gehen jetzt einmal hier hinter in der dunklen Festung und gucken mal, was passiert. Ja, das war doch schon mal... Verdammt, was war das jetzt? What the fuck? Warum ist jetzt der Bildschirm schwarz? So, also, ich hoffe, ich konnte euch vielleicht ein bisschen erschrecken, auch wenn das Video vielleicht jetzt nicht so der riesengroße Burner ist. Aber ich habe gedacht, ich mache jetzt einfach noch ein bisschen was Kleines zu Halloween irgendwie. Und ja, also, ich denke jetzt nicht, dass ihr ganz gestorben seid vor Schreck. Ich glaube, so schlimm war es nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall. Das Ganze, was ich da erzählt habe, ist natürlich Quatsch, bevor ihr da fragt. Es gibt natürlich keinen Herobrine. Warum die, äh, Zombies da tatsächlich Kürbis aufhaben, weiß ich gar nicht. Das habe ich gerade nur durch Zufall gesehen und habe gedacht, ach ja, das passt doch gut zu meinem Video noch mit rein. Dass ich das, dass ich irgendwie einen Aufhänger dafür habe, dass es vielleicht einen Herobrine geben könnte. Aber ja, wie gesagt, alles total ohne Sinn. Einfach nur so zum Spaß. Habe ich jetzt gedacht. An Halloween müsst ihr vielleicht auch mal ein bisschen erschreckt werden. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, das hat ein bisschen geklappt. Und bis zu meinem Video dann auch wieder ohne Erschrecken versprochen. Bis dann. Ciao. Ja, und ich würde sagen, jetzt, äh, beenden wir das Ganze einfach noch genauso sinnlos, wie es ja eigentlich jetzt im Nachhinein noch angefangen hat. Nämlich einfach mit einem schreienden Schaf.